Hallo und herzlich Willkommen zu League of Legends mit Jago of Jago, tschüss Mit wem und Paul? Al und Paul Mit Al und Paul, ja Das von wem, danke, tschüss Mal gucken, wer dir im Jungle hilft, ne? Alter, ich hab jetzt das erste Mal Kiwis gegessen, mit Schala Boah Alter, das sieht voll behindert aus, wenn Ramos zu schnell läuft Ja, ich weiß Pff Denn Epp Oh, schreib nicht Erstmal tanzen Lux hat voll den Beschissenen Tanz Also Bio ist für mich einfach Ich find's doof, dass Ramos im Englischen überhaupt nichts lacht Eppfell Kot im Fell Hey, guckma, ey guckma, Ramos jubelt Guckma Heeeey 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 lacht er gar nicht. Ja das ist echt traurig. Der hat im Deutschen die beste Lacher. Ja der macht einfach noch. Ja der macht noch. Ich seh das noch nicht gerade mit Otto. Ach du siehst das? Du hörst das nicht? Du siehst das? Nein ich seh das mit meinen LukaLukaTschüss. Wieso dann geht es mir oder der Mitte? Es mir Mitte APTschüss. Aber ich glaub der geht AD also der hat zumindest AD Masteries mit. Das ist was ich tue? Das ist was ich tue. Das ist was ich tue. Ich sitze auf dir. Ab Level 2 müssen wir die verliehen. Das ist ja Timo der ist unsichtbar. Ja Timo hat aber keine Masteries. Das ist was ich tue. Als ob das nicht die Jinx getroffen hat. Nö ich mach nicht mehr. Achtung hier ist noch Morgana im Gewicht. Will dich ein bissl Hallo sagen tschüss. Allerdings hallo Hallöchen ich werde ruhig hin. Ich bin da mit Miss Fortune immer noch so Aids zu farmen. Ich bin da so mit Jinx Farmen gewöhnt. Schwester Halli Hallöchen. Wenn wir den 2 sind ficken wir den Arschloch ok? Ey das ist aber vor uns Level 2. Nach diesem Minion. Nach diesem Minion ist Level 2. Pass auf. Fick. Ui. Gelassen ich habe ihn nicht bekommen. Der war drauf der hat keinen stun mehr. Ok. Aber ran du! Nähnähnähnä recht. Wollt aber jetzt zu der. Hätten wir den hätte sie den stun nicht getroffen? Und dann hätte ich meine Ehe getroffen die wäre so tot gewesen. Seit wann hast du eigentlich die Leona? Seit lange Zeit. Seit gestern. Es wird eine sehr, sehr lange Geschichte. Sie werde ich euch heute erzählen. Es war einmal ein kleiner Haspo. Er ging alleine nach Hause. Er lief in einem Leben. Die kleine Leona über den Weg. Bitte, Dominik! Ich wollte gerade deine erotische Geschichte erzählen und du redest einfach mal. Echt, die erotische? Wieso sollte diese Geschichte erotisch sein? Ja, nicht wenn der Hauptdarsteller Hazaki ist. Hazaki Uchiha. Oh Gott, ich glaube, das hätte ich schon mal leben. Komm in einen! In einen muss das rein! Nur die Morgana! Okay. Ja, und jetzt geht die von... Ei, ist Haspo. Du Main Jungle? Wir sterben. Normalerweise überlebenst du das. Gute, hast du das jetzt echt peinlich, ne? Das ist alles in der Aufnahme. Also ich... Also ich würde die Aufnahme jetzt ja abbrechen. So löschen. So, ich würde jetzt eigentlich verkaufen gehen und dein Leben auch löschen, ne? Was ist das? Animation war komplett drauf? Ja, ich weiß es auch nicht. Du leider nicht. Normalerweise dauert dieser komische Käfer viel länger und da habe ich eigentlich schon immer schon Also ich dachte ja, sie hat irgendwie... also ich da... weil ich versuche mich ja immer in den Kopf der Gegner rein zu versuchen, zwei Jahre zu versetzen. Tust du das? Und da... Hast du noch nicht gemerkt? Ja, eigentlich hätte die ja eigentlich zurückgehen müssen. Aber nee, sie kackt einfach auf alles und will nur farmen. Das heißt, ich gehe jetzt immer da... Ach, egal. Okay. Das ist, was ich tue? Das ist, was ich tue. Das ist, was ich tue. Oh, Alter. Du sollst eingreifen, welcher Schutzschild aktiviert habe und nicht irgendwann. Domenico? Domenico? Du kannst ja das als Endzone benutzen. Mann, der Timo stirbt nicht. Ja... Ah, nein! Halt's auf! Das werde ich bei irgendein Crap Game benutzen. Hätt ich bei Waladala das vielleicht nutzen sollen. Ah, die Blattenbäcken? Ja, die Blatt enbäcken. Ja, sie haben ja Text按 was abnehmen. Ne, die Blatt enbäcken habe ich ... Nee, die completamente Action ΤNOCKτ. Ich habe ja ... Ne, die hat mächtigen Flasherweck. Ne, das ist die schreepowigtmeißel. Ja, ich will wahrnehmen... Oh, Mann, die Kuh ist auf die falsche gegangen. Wir sind auf die Morgana gegangen. Das ist, was schwarz. Das ist, was ich tue. Das ist was stimmt. Also das stimmt ... Das war dumm, ne? Ist dem dumm ... Da hat irgendwo hingeflatcht. das was ich tue ich sitz auf dir sitz auf dir auf dir das was ich tue ich sitz auf dir alter hast du das main oder ja ignite main na guck mal wir hätten den nicht mehr bekommen ich hab doch gesagt mit dem du dich rola führst lol ich hab vor das blatt bekommen ja aber hast du heute vor das blatt bekommen also ist das nee ja ich hab vor das blatt ja ja aber hast du hätte vor das blatt bekommen ja hätte ja hätte ja aber ist doch egal ich meine ob der so egal ist oder ähnlich wie sieht mit der support hat oder nein ich hab meine tank ich könnte aus es geht was ist was ich tue das was ich tue das was ich tue das was ich tue ich mach mal die körper bitte du musst nicht unbedingt denken kommt die kaffe nicht da muss ich dich hier oben sein haasbo ich pushe jetzt noch kurz rein und dann gehen wir mit black ja lol hasbo hättest du den nicht angehitet ich hätte den nicht mehr gekriegt aber ich hab ihn doch für uns weiter bekommen du hast ihn ja nicht bekommen das ist es ja die kappe ist weg genau so wie der ist wie er ne das noch da meine Ehe schütteln was die Zauberer er ist wirklich gerade ich fühle mich gerade verarscht ich habe die Kategorie der Welt ich werde jetzt was er noch mal machen ja hol dir sein Red die muss wieder am Topf Emo ist doch du bist ein Flop oh was ne Lüge okay aus Recht das haben wir den, das ist wieder die, das ist wieder die, oder der ist da oben die die Gäste und die Gäste vergesst nicht das OTP mit Horstner ja aber ich brauch das jetzt noch nicht die benutzer zu unterstützen was baut, die Jinx baut Förster alte Blutdürste was macht Timo eigentlich der ist unsichtbar, der steht irgendwo rum was machst du so mein ja unsichtbar rumstehen Adolf, wer ist bei dir? oh du bist das ist wie du, er ist hier, sieh das, sieh das, sieh das, sieh das ja, hey, sag mal ja a.. ja, Morgana-Schild er hasht raus, er hasht raus ist so eine Lu-ik, ist so eine Lu-ik, ist so eine Lu-I-K. ich krieg iz-kein 부ter freune, denkst nicht mal die Gudne Tages für mich ich komm trabaj ich geh tauer prosperous die Stevensempath Call am R querer Lerner der Beobachter wenn er bloß nicht aufschauen da die als Bekommel ich jetzt machen Kultspiel das ist was ich tun das ist was ich tut das was ich tue ich sitze auf die das ist was ich tun jetzt hab ich hab doch ich hab doch gesagt dass es war das ist wieder was was hat die ganze Zeit sehen kann was wird das heißt ich glaube ich geht mal kurz hauert sie machen das ist hauert sie ordner aus wochen das ist er was ich tun es ist es nicht das ist es sich ich sitz auf es ist es so wenn du nicht auf das neue spazieren auf dich ja da kommt die katharina oder wie hieß es raus Katrin genau ne da brauchst du noch Stöcke Schuhe das ist ja wohl das kleinste Problem wer war das überhaupt du kennst die Geschichte nicht nein er hat sich gemutet ach stimmt er hat sich gemutet das waren diese tollen Storys er hat seine Krabbe gemacht wird so ausprobieren das ist es auch gelassen ne doch er ist er er ist er unbedingt solche solche ich habe gesagt wer ist mit seiner ulti in Power reingegangen ja ich wollte nur mal kurz reinsteuern das ist ja so aus Koppel erlauben Warte vor allem noch das ist ein Abend ist mit dem Konto das ist die die Städte die Städte die muss weiter und er hat das Volk der Städte zu Worten der Wiener was soll ich das kein Formhaus was nicht das machen ja nein gerade ist er in Ordnung hat von daher den Karten nach voraus nutzen Nee, brauche ich nicht. Was ist das? Alter, wie die, wie, 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 wie der Weg runter zu Bot einfach nur geebnet ist durch... Abhau, guck mal, warte mal. Junge, das ist doch gut, Mann, das ist doch gut. Schön fliegig. Guck mal, der macht sein... Was der ist hier? Oh, oh, oh. Na, guck mal, das wissen wir jetzt. Oh, 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 oh. Danke. Alter, Silas, wenn der den Ding uns machen will, den Blue, dann klaue ich den. Schlau. So, das war... Nee, das war doch mal was Gutes, Paul, ne? Das war saftig. Das war richtig geil. Hast du kommt, baited, baited. Das ist was der du. 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 Ja, das ist was der du. Ja, das ist was der du. Ja, ich häng' hier fest. Wo denn? Pink Ward, wo denn Pink Ward? Ja, der Jungler müsste gleich kommen, Hasbro. Hör du doch, komm,ểil ich fahke ihn. Hey, ey, karamba! Ey, kaka-ramba! Hey, kaka-ramba! Aber wir gehen... Mini-kaka-ram ... Eckropa-ramba! ładookhmaGe joyfulorgang! Was macht Timo eigentlich auf der Top Lane? Wenn ich was so fragen Flight Direct Lara mache. Er macht doch eigentlich gar nichts. Ganz viele Spinter. Der ist nicht wirklich gut, sagen wir es mal so. Weil ich bekomme ihn auch nicht tot. Der spielt wahrscheinlich genau defensiv, oder? Oh, ich brot jetzt gleich meine Ulti wieder, da würd ich dann wieder zu dir kommen. Oh, Mastery, komm mal zu euch! Oh, Mastery, komm mal zu euch! Komm! Ich hab kein Bock mehr auf Timo. So, der Hocknor und Sabtower. Oh, mich würd das so freuen, ne? Du hast keinen Pinkfot gekauft, der ist wohl, ich bin nicht stolz. Wenn der Typ nix machen würde. Ach, du hast deinem Hirn gefällt, achso. Wo ist ein Mastery? Vielleicht hier, warte, komm, wir gehen mal gucken. Ähm, Ezreal geht runter. Ja, ich will hier. Ich kann nix machen, ich hab keinen Mana. Lol, hier ist Master. Oh fuck, das war dumm von mir. Oh, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Was ist das denn hier so was von rausgebetet? Dieser ist so Idiot. Hallo. 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 Ich weiß nicht, in welchem Channel ich bleiben soll. Ob bei euch oder bei den anderen. Wünsch einfach jeden, 15 Minuten. Und was leid ich jetzt hier? Also, ich hab doch noch nur. Wünsch einfach. Ja, wie gesagt, bleib jetzt, was hörst du bei den anderen? Bleib jetzt, dann gehst du wieder hoch. Dann bleibst du da. Was machst du wieder runter? Okay. Dann musst du aber Tower tanken. Ja, komm. Achso, unterwegs. Hä? Was macht denn ihr da? Sehr schön. Alter Alter Alter, ey. Habt ihr das besprochen? Ja. Ja. Hast doch gesehen? Klappt doch alles super. Na, hab ich nicht angekühlt. Also bei denen da oben wird zumindest nicht durcheinander geredet. Oh, oh, oh. Ja, aber wir sind auch ein eingespieltes Team. Nicht? Ja. Und außerdem müssen wir uns erstmal wieder an DK gewöhnen, ja? Ey. Was soll das jetzt wieder heißen? Dass du viel zu lange weg warst. Genau, das bin ich alle super mischlappen. Ja, wir haben mich alle vermisst. Ach, an so eine einfühlsame Person muss man sich doch gar nicht erst da sich gewöhnen. Paul zerstört alles. Hä, das war doch gut reden. Ich sag doch alles. Hä, das war doch gut reden, oder nicht? Nicht für mich. Das war böse Nachrede. Ah, DK sieht heute echt cool aus. Anteil-Mode-Schwärtsmann. Ja, Klasse, genau. Das ist das. Das merke ich wieder. Das ist der beste Backport-Spot-Tschuss. Ja, aus meiner ist GG. Demacia! Oh, ne. Hab ich nicht nötig. Ich will den Gang auch noch ne Chance lassen. Ist so. Ne Chance, den Teleport noch abzubrechen. Oh, Paul. Oh, ich glaub was. Oh, mein Item mitziehen lass. Der ist on point. Wow, weißt du den einzigen Killer-Top-Botlane? Ja, der ist... Der macht dich hier mit da. Die wollen wirklich nicht den Tower fallen lassen, ne? Das ist was ich tu. Das ist was ich tu. Das ist halt so ein guter Spieler, dass sie zu zweit treffen müssen. Alter, das Skills. Achso, wir müssen jetzt den Tower machen. Und dann rotieren wir einfach... Du musst einfach King... Ja, vor allen Dingen jetzt haben wir auch Top-Lane mit denen wir kommunizieren können. King of King of Kings. King of King of Kings. King of King of Kings. Jetzt haben wir auch endlich Top-Lane mit denen wir... Ja, der Tower hat noch 500 HP oder so. Dann können wir auch endlich wieder Laneswappen wieder. Ja! Achso, ich bin echt nicht stolz auf dich. Du hast keinen neuen Pin-Bot gekauft. Was wäre, hätte ich jetzt keinen gekauft, ne? Tumal wie die rausflaschen! Ja, einer ist doch eher noch da. Doch. Hast du das gesehen, wie die rausflaschen haben? Ne, mach nochmal. Warte, das ist spät, okay? Na, klar. Halt du das. Halt du ein bisschen mit. 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 Oh nein, ich bin so alleine. Was kann ich denn tun? Yeah! Hälfte mir doch einer. Halt du bist ja wirklich drin? Lass einfach den Tower machen. Okay. Oh, das hätte er glaube ich ein bisschen gezwiebelt. Killing Spry. Komm ja, du Opfer. Ich hab dir gneitet. Ach, der macht dir nix. Das war lecker. Timo ist am Tag. Es ist die Minions machen mehr. Es ist die Minions machen mehr. Es ist verhakt, ich verhakt. Timo macht jetzt einen Tower. Ich fahr zu Ende. Let's kommst du mal. Silas, kommt der noch? Der Top Tower fällt. Oh, ja, hab ich ja. Nein. Schnell, lass beeil dich. Lass beeil dich, mach mir Schaden. Hol den Heck aus. Hol den Heck aus. Huuuuhhhh. Huuuuhhhhhhh. 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 Machst du das so weit immer wenn du den Heck rausholt? So, was hier draußen? Aber wir haben es leider nicht geschafft. Das war ein Mastayider's all over. Grump, wir machen Grump. Wieso? Bist irgendwie Grump. Weil der Ezzle. Weil der Ezzle. Und dann, das dann gehen wir back nach Hause. Telefonieren. Hahahaha. Und dann. Dann kaufe ich mir Boots. Du gehst einfach auf Bord jetzt, okay? D.K. Weil wir, weil, Pro. Nö. Der hat mir grad auch nicht beim Mastayi geholfen. Als er ein HP hatte. Scheiße, ich hab Timo gemacht. Sorry, dass wir nicht auf der Toplane sein können. Warum top, der war hier vorne? Oh, wusste ich nicht. Das ist jetzt belastend, ne? Das ist, was ich tu? Das ist, was ich tu? Das ist, was ich tu? D.K. Oh ja, das spielt. Gott, Alter, wie kann man so scheiße denn? Dass wir A-Nen noch sogar dran. AP-Nen noch. Du schaffst Bob auch alleine, ne? Ike, ich bin dabei, die Hallo. Mit'l Sarm-Klauen. Ja, ich kann, ich kann man top bis. Okay, du komm mal top. Du, nope, du solltest bitte bleiben. Was soll denn denn? Mit dem läuft voll gut? Genau, jetzt ist das doch sehr gut. Ja, ich hab noch top. Ich hab Timo gemacht, aber wenn einfach alle top gehen. ein top 3 top reicht ja nicht meine familie ich muss es auf die bot weil verkackt hat er ist so pustet alter das ist aber auch nicht besser ich bin mein dicke hinterfragt was ich tue in der bot tower fällt jetzt alles wegen dc na das sollten eh werden keine er schuss abgefangen was macht was weiß ich denke auf der main du bleibst hier dicker genau vor dankeschön dicke rass halt aus also wenn der hat gemerkt in einer radius bis hierhin kommt oder danke dein teil hat mir ist eine harmhilfe gegeben ein wenig tschüss kommt so wie das aussieht dass ich tue ich das immer die master hier reingeht oder in den es will oder so okay und der sie das beck geht weil da jetzt nur die kompare wartet die werde ich dort den banken später jungs da wird gleich eine ulti kommen die on point ist und nicht wecken wird die hat schon verfehlt so die tue ich einfach gar nicht juckt die tue ich einfach kurz noch gewartet habe guck mal garage von nun님 ich glaube einbum steht nach irgendwo ich glaube es sind viele jetzt wir ahren vielleicht überhaupt nicht ob er ich mag kein 20 playtti du bist der bade 7000 also ich fand mein flash gut aber wirklich genau 7000 ich wäre nicht weniger ja und wenn ich gleich verfolgen alter sie sind ja war ich noch mega sprüche wir sollten einfach so ein dragon zu machen ja und die ulti ist genial timo durch danke timo flash timo kommen sie zurück report report sterben du willst es du willst es alter wieder aufklotzt komm komm 1 plus 1 komm ja komm warum ist die eigentlich so scheiße langsam und habe ich jetzt so viel schaden bekommen wir sollten ein dragon machen das ist richtig ist das der ja wirken drachen mache ich doch kommt noch einer oder machen ich habe schon zum tanken stück oder da können das können wir auch noch mal was mir das oder nicht du hast leben du hast leben alter super er wird ich meine sagt doch was ja die geöffnet gelaufen ist alle gelaufen der abgeholt und hab mir über die meine happy an auch warte scheitbar ich habe 400 100 weniger als GDK Eine Runde mit Kuleidu Mit Kuleidu Hui Oh Top Tower wird jetzt Top Tower wird jetzt Top Tower wird jetzt Ja ja Top Tower wird jetzt drauf gehen Ja YOLO Ja nicht wenn sich die Minutes ein bisschen anstrengen Tag jetzt Pfff Wir müssen den Stab nämlich härter schwingen Lecker lecker roter Buff Ich hab zwar PP aber hey Ich gebe mir ein Tafel Klatsch Juci 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 Ju Lecker lecker du di du Da warst du Leider du di du di du Gehst du Bot stiller? Boah man dann hol ich mir den Farm auf Bot Fein der baut nicht mal die Tränen der Ezreal Wie du? Ja der Ezreal ist main Oder den Amani Gürtel den baut er auch Ja das kann man auch auf der Ezreal bauen aber das ist echt nicht empfohlen Das ist absolut empfohlen das ist immer empfohlen ja Oh Gott Oh Gott Komme 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 Alle Mitte alle Mitte Ja Paul Hättest du erstmal den Amani Gürtel was willst du eigentlich hier? Ja wieder Paul das hat er ja schon gesagt dass du quasi du rennst vor weißt du Ja das will wie viele Menschen Ja aber dafür kann ich jetzt wirklich nichts ich hab jetzt keine Gelegenheit zum Wort gerade Da ist Reel hi Oh Leute ich komm mal vorbei ne Das ist was ich tu das ist was ich tu das ist was ich tu ich sitz auf dir Oh ihr komm her ich sitze auf noch einfach mal da muss rein schicken die laufen alle wecken kann ich sein und schweb der körper der glattuhr sind alter er ist auf dem reichnen reich ausgaben weil ich habe ich habe geholfen wird und dort ist ich ja okay und geklaut ein bettunter als auch immer ich habe die treibende also zu geklaut ist hierher wurde ja kommen doch mal die botten nein ich habe für nicht ganz nicht mal ich werde diesen Tauer bekommen die Kälte aus der Karte so und jetzt warte jetzt wechsel ich kann gar nichts du bist ein Assi du bist ein Assi du witziger du kannst gar nichts User join your channel Hallo ist denn die wieder groß? Die haben uns so total lieb betreut und begrüßt die diskutieren mit mir über was denn? was fällt denen ein? über TTT und die Addons was fällt denen ein? lass die mal abschlachten ein enemy hat ach Hasbro killklauern oh das war knapp ich brauch noch mehr cooldown noch mehr cooldown noch mehr cooldown das reicht dir jetzt zwei prozent nicht komm 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 ok er kann ich halt was dann hier an noch mehr cooldown bringst du cooldown? nein ich brauch mehr cooldown naja wow aber das ist blind ohne scheiß ab bei messern geht an ihm vorbei das ist was der do das ist was er das ist was der do oh ich sehe das und dann usa Am unsre, unser re Ja, Töte ich sie alle und mach ein Kettchen in die Halle MUhhh nice TREPLE KILL dann gleich kommt gleich kommt ich habe um eine gewisse Art und das ist das ja komm ist das denn zu viel verleihen und die deutsche Stimme vermisst ne ich finde die englische viel besser gleich auch ich bin das gleiche gesagt ich war da kurz also ich war aber auch nur in dem Moment der Überzeugung, dass Spaghetti aus Kartoffeln sind. Ja, guck doch auf meine Leiste! Was willst du ein? Du Affe, Alter! Du Affe! Leute, Alter, war keiner rasiert! Jetzt komme! Dickel, halt durch! Bleib stark! Übermorgen ist Wochenende! Ja, easy! Übermorgen! Morgen ist schon Wochenende aber nicht! Ich wollte mal eine Main sehen, pass auf! Paul, lass mal morgen einen Pottel aufnehmen! Och, Mano! Hätte ich noch ein Auto-Tag setzen können, die der taunt! Der Timo ist fast down! Mit einer Combo hab ich den fassen! Ist da noch irgendwas? Mit einer Combo hab ich den down! Also, sie hat noch 100 HP oder so! Ähm, Pterzo, da steht nur noch ein Turm! Geh und reck den! Ja! Ja, Backdown! Backdown! Ich mach Backdown! Weiß, worauf du stehst? Zurück-Türen! Hä? Zurück-Türen! Ja! Du Schlingel! Ich muss dir da die Flasche auf den Platz! Einen! Doch nicht! Oh Gott! Steht ihr nicht! Ich fasse nicht zu deinem Style! Ich fasse ganz schwinde! Auch, Mano. Oh, mein Master hier in der Mitte! Oh Gott, wie schnell ich will! Schau doch mal, wie schnell ich bin! Und humor activated! Du 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 Du.. Ja! Das geht auch nicht. Das ist wieder die- Das ist wieder die- Das ist wieder die- I'll say it with you Nein, weißt du ganz ehrlich, dass er echt krass ist Wow, weißt du ganz ehrlich Ich weiß, dieser Kill bestimmt Dieser Death ist bestimmt mein Tod Ah, der Death ist bestimmt mein Tod Ja, für das S Guck, ich hasse das, ich bin echt nicht gut mit dir Ich mag die nicht Ablos, ich hab's doch, das ist bestimmt das Aber ich hab S bekommen Ich hab auch nur Ablos Oh Mann, das ist bestimmt dieser Kill, der hätte nicht sein dürfen Ich bin eigentlich Level 18, Mann Bedankt euch für die Kiste Ich hab keine Kiste bekommen, du Assi Keiner hat eine Kiste bekommen außer mir Ich hab keinen Leona, deswegen Nein, du hast keinen Alter Domme Du brauchst Lux Und mit diesen traurigen Worten Verabschieden wir uns von diesem tollen Sieg Also dann bis zum nächsten Mal Tschüss Aber bitte sag mir, dass du das nicht hochladen willst weil Exekutet im Anfall Und Kein S bekommt mit Ramos Ist so Für dich ist das schon Das ist so Wichtig ist das Für dich ist das Spannende Dassel taxi Untertitelung des ZDF für funk, 2017